Kunst gegen Bares Herzlich Willkommen zu Kunst gegen Bares im Monat März. Ich schieb mir schon einen Applaus, schlafen wir uns so ab, moin, moin, und, jo. Wer hat eigentlich überhaupt noch einen Drucker außer mir? Und dann, ihr kennt es alle, ich will schwarz drucken und er meckert, gelb ist alle. Was die Welt braucht, nämlich Reflexion, Innensicht, das, was den vielen Menschen in die Krieg führen abgeht. Macht's gut, macht's gut, kommt gut nach Haus. Ja!